Die Akademie für menschliche Medizin wird es auch dieses Jahr wieder ermöglichen. Es wird einen großen Kongress geben zum Thema Diabetes und alles was mit Zucker zu tun hat und die ganzen Folgeerkrankungen etc. Das Ganze wird stattfinden in Frankfurt an der Uni am 7. und 8. März. Und davor am 6. März, den Freitag, wird es davor nochmal einen internationalen Workshop geben zum Thema Diabetes mit vielen renommierten Wissenschaftlern, Ärzten und Referenten, die aus der ganzen Welt anreisen werden, um Informationen oder deren Informationen, die sie gesammelt haben, Studien usw. zu präsentieren. Natürlich wird auch Professor Spitz dabei sein, natürlich auch wieder Uwe Grüber mit Vorträgen, sowohl am Freitag als auch dann am Wochenende, Samstag und Sonntag. Ihr könnt euch anmelden und auch daran teilnehmen, sowohl am Workshop, da sind noch einige Plätze frei, als auch dann zum großen Kongress, wo ich auch dabei sein werde. Da werden wir uns treffen, wenn ihr dort sein solltet, dann sprecht mich gerne an. Können wir kurz quatschen. Ihr könnt auch vor die Kamera treten. Ich werde wieder mit einem kleinen Kamerateam dabei sein und ein paar Interviews führen. Zum einen an den Ständen, die es dort wieder geben wird, aber auch mit den Teilnehmern und so ein bisschen herumfragen, wer wieso da ist und was man gelernt hat, was man sich verspricht vom Kongress und, und, und. Also seid dabei, meldet euch an. Ihr könnt euch auch anmelden für zwei kostenlose Vorträge. Den Link zu diesen ganzen Anmeldungen bzw. zu dieser Anmeldungsseite findet ihr unter dem Video in der Videobeschreibung. Und zwar gibt es zwei kostenlose Vorträge. Einmal von Professor Spitz und von Uwe Gröber zum Thema Diabetes Typ 1 und Typ 2 und wie die Mikronährstoffmängel da eine Rolle spielen. Wir werden gemeinsam das Programm, das bisherige oder vorläufige Programm vom 7. und 8. März durchgehen. Natürlich werden wieder die zwei Herrschaften Spitz und Gröber eröffnen und einiges zum Thema Diabetes erzählen. Und natürlich auch einfach eine Begrüßung, eine Einführung geben in das ganze Thema und in das Wochenende. Dann geht es mit den Leitlinien bei Diabetes los. Wahrscheinlich geht es da erstmal um die schulmedizinischen Leitlinien, um einfach einen Überblick zu bekommen. Dabei sind dann auch Dr. Med. Nils Schulz-Rutenberg zum Thema Metabolische Syndrom, Vorstufe zum Diabetes. Dann natürlich Uwe Gröber zum Thema Mikronährstoffmangel. Professor Clemens von Schacki darf nicht fehlen, war glaube ich die letzten zwei, drei Jahre auch immer dabei zum Thema Omega-3. Professor Dr. Carsten Krüger aus Gießen zum Thema Bewegungsmangel. Dann wird Professor Spitz natürlich zu seinem Lieblingsthema Vitamin D wieder einen Vortrag zum Besten geben. Professor Alfred Wolf wird wieder dabei sein, den habe ich auch schon zweimal erlebt. Dr. Kurt Müller, auch immer sehr spannende Vorträge. Dr. Carsten Karlberg oder Professor Carsten Karlberg aus Finnland, aber natürlich auf Deutsch. Er spricht exzellent Deutsch und wird zum Thema Genetik und Epigenetik einiges erzählen. Und den Abschluss des ersten Tages macht dann wieder Professor Spitz. Am Sonntag werden dabei sein einmal Dr. Dominik Nischwitz, der bekannte Zahnarzt und auch Professor Dr. Helene von BIPRA zum Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dann haben wir Probleme im Extremitätenbereich, vorgetragen von Dr. Jacqueline Stella. Zum Thema Diabetesüberwindung am Beispiel einer Reha-Klinik, Diplom-Ökotrophologin Ulrike Gonder. Weiterhin dabei sein werden Dr. Kurt Mossetter, Dr. Dirk Lemke, immer auch sehr spannende Vorträge. Prof. Diktor Dr. Nikolai Worm werden auch einige kennen, vor allem diejenigen, die sich mit Low-Carb, Keto und so weiter befassen. Dann haben wir diverse Formen des Fastens mit Dr. Henning Gewittrock aus der Spitze wieder am Ende dabei. Und natürlich dann die Verabschiedung durch die beiden Herrschaften Gröber und Spitz. Und wie gesagt, unter dem Video findet ihr einen Link. Darüber kommt ihr dann zur Anmeldeseite, wenn ihr dort teilnehmen wollt oder eben auch die Vorträge euch anschauen möchtet. Zum einen, wie gesagt, 7. und 8. März der große Kongress und davor der Workshop mit den internationalen Gästen aus der ganzen Welt. Hier wird die ganze Veranstaltung stattfinden am Biozentrum Campus Riedberg an der Universität Frankfurt. Wie gesagt, ich werde dabei sein am Samstag und am Sonntag, auch mit der Kamera. Heißt, wenn ihr dabei seid, wenn ihr dort seid, wenn ihr vor Ort seid, sprecht mich gerne an. Vor allem, wenn ihr auch mal vor der Kamera ein bisschen was erzählen möchtet. Wenn ihr euch zu einem Thema im Bereich der Naturheilkunde, im Bereich der Nährstoffe, zum Thema Bewegungsmangel, sonst irgendwas Spannendes erzählen möchtet, dann erzählt das, egal ob ihr Physiotherapeut seid, Arzt seid, Heilpraktiker. Ihr könnt bei mir gerne vor die Kamera treten und mit mir ein bisschen plaudern. Ich freue mich auf euch.